Hörkliss! Schau mal! Der giftige See! Stelle den Zeiger ein! Alles klar! Schau mal! Ich bin hier oben, ich habe nur noch einen Dödel und bin mit dem Schiff angekommen. Ich muss hier nach unten eine Menge Geister tauren, Pegasus. Also das volle Programm. Ich werde wahrscheinlich... Auch hier gibt es die Farben. Ah, ja, ja. Zerberus ist alles ziemlich weit weg. Ja, ich werde mich wohl hier nach unten arbeiten. Dann hier rüber. Ja, hier ist Medusa. Die Medusa brauche ich für ihn. Mit Zerberus muss ich den Geist. Und mit Pegasus muss ich die Harp hier. Das kann er so hören. Okay. Schauen wir mal. Erstmal hier zu den Vorkommen, zu den Nahrungsvorräten. Durcharbeiten, würde ich sagen. Herkule ist ziemlich chillig. Da hört sich auch was, der da ist. Kann ich ausbauen. Ja komm, das machen wir mal. Dann habe ich doppelte Arbeitskraft. Und dann sollte hier auch was gehen. Ich muss schon mal das Gold einsammeln. Ja, dann macht die Nahrung mit. Dann machen wir das. Das beides. Dann macht die Nahrung hier mit. Ja, hier noch unten, wie gesagt, dass die Farm... Ich denke, das muss ich unbedingt haben. Ich denke, das muss ich unbedingt haben. Und so, warte mal einen Augenblick. Dann muss ich wahrscheinlich, ja. Ja, aber wenn man sagt, die Nahrung... Dann bauen wir gleich mal die Farm. Ich nehme das Gold mit, natürlich. Und dann... Okay. Ja, gehe ich nach unten, mache die Farm. Wäre ja schon schon am Sinnfristen, oder? Dass ich da, wie gesagt, die Ressourcen bekomme. Ich werde mal wieder die Zeit anhalten. Ja, die Musik habe ich mal ein bisschen... Ich nenne es mal angepasst. Ich habe es ein bisschen, äh... Leiser gemacht. Vom Gefühl her war die... Verrühren ein bisschen laut. Hier ist das Gold. Da möchte ich aber auch unbedingt hin. Ansonsten muss ich jetzt zu Medusas Versteck, weil ich müsse den... Das Gold brauchen wir. Das brauchen wir. Ich brauche Nahrung. Wir bauen die Brücke. Scheißegal. Dann machen wir das hier. Ja, Material. Das mit dem Zusatz... Das habe ich noch nie so ganz kapiert. In der ganzen Zeit, wo ich zocke. Das ist unglaublich. Wie dämlich ich bin. Ja, wenn da jemand Ahnung hat... Kann mir das natürlich gerne sagen. Das muss er schreiben. Oh, Gold. Jawohl. Ja, wer mit? Ich komme auch an den noch. Ne, ich will die Zeit in die Nahrung nehmen. Okay, also ich brauche für die Harpien. Dann muss ich hier runter... Ja, okay. Brauchen wir das aus? Oder wie sieht es aus? Sogegerem, wie schlecht. Wichtiger Künstler. 5, 5, 5, 5. Das Gold können wir schon mal anpeilen. Das. Das. Dann können wir das ausbauen. Das hier runter. Oh, ich muss immer noch niesen. Mal den. Gut, ich brauche wieder nur Material, was mir so ein bisschen fehlt. Das nicht verpassen. Das mitnehmen. Scheiße. Das mitnehmen, das ist wichtig. Okay. Lager. Brauchen wir mal ein Lagern, ey. Jawohl. Kann man dann mal die Brücke reduzieren? Das soll wieder ein Haufen. Das soll wieder ein Haufen. Das soll wieder ein Haufen Klamotten weg. Okay. Ich glaube, der Typ hat so schön gelohnt. Ja. 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 Kann ich mal den anpeilen. Das machen. Das will ich das ausbauen. Aber so viel habe ich ja nichts zu tun, dass ich das irgendwie lohnen oder rentieren würde. Für die Nahrung wichtig. Okay. Ich brauche Material. Scheiße. Ich brauche Material. Hier mitnehmen. Okay. Das ist gut. Das ist gut. Ich brauche es mal kicken. Gut. Das ist gut. Das ist gut. Das sieht ja eigentlich nicht schlecht. Das ist gut. Das ist gut. Drei. Das passt. Können wir den schon mal arbeiten lassen? Du machst das. Zeit noch halten. Jawohl. Auf wieder Gold. Meine Frisse. Da habe ich eine Nahrung. Der macht's gut. Kann ich den weghauen? Aber auch Gold. Ah, es ist wieder... Scharpart nur am Gold. Hier geht die Medusas unterwegs. Dann haben wir den. Dann haben wir den. Dann brauchen wir nochmal. Zack. Imperial. Dann habe ich Pegasus. Pegasus brauche ich nicht. Ich muss hier unten jetzt weiter. Pegasus brauche ich jetzt zum Schluss. Also wir müssen erstmal hier den. Die Grube. Zeig mal. Du machst den mit. Den. Ich glaube das wird das. Ja, ich brauche jedenfalls nochmal. Nicht richtig. Für den Namen. Material. Also Holz habe ich genug. Ist scheiß egal. Okay. Ich brauche noch eine Menge Gold. Da ist das. Und das. Okay. Dann können wir das ausbauen. Dann weg mit dir. Jetzt brauche ich wieder Gold. Ah, die Zeit war knapp. Die Zeit war knapp. Kaderieren, danke. Fünf, sechs. Fünf, sechs. Nice. Ah, von der Zeit her sieht das egal. das hätte ich mir schon doch ich brauche noch 6 nice gut damit haben wir es auch geschafft ja war doch einfacher als gedacht muss ich zu geben da gab es echt schwierigere level alles klar ich verabschiede mich